Aufstrebend Ohne RE-MAX geht gar nichts! Netzwerken Genial! Ja, wir wollen qualitativ wachsen. Ziel sind 12 neue Bürostandorte und 100 zusätzliche Makler bis zum Jahresende. RE-MAX als unser größter Kunde ist nicht nur Auftraggeber, sondern langfristiger Partner, mit dem wir gerne zusammenarbeiten. Das größte Netzwerk in Österreich eigentlich. Es ist extrem kompetent und hat ein riesiges Netzwerk, um den Kunden zu bedienen. Sensationell! Der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen ist immer wieder eine Bereicherung und deswegen bin ich einfach gerne Netzwerkmitglied. Eine unglaublich große, bekannte Marke, wo man auf Qualitätsbewusstsein achtet, wo man Fortbildungsverpflichtungen hat. RE-MAX ist die Nummer eins, ist eine Gemeinschaft. Viele Menschen versuchen am gleichen Strang zu ziehen und das noch stärker und noch besser zu machen. RE-MAX 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 FER-E-MAX